Das Salzburger Nachtstudio Durch das Erasmus-Programm für Studierende der Europäischen Union bleibt der Fürst der Humanisten in der Wissenschaftslandschaft verankert wie kaum ein anderer Gelehrter des 16. Jahrhunderts. Seine Bewunderer begleiten ihn seit 500 Jahren. Damals, im Jahre 1516, legte er seine epochale Rekonstruktion des Neuen Testaments in griechischer Originalsprache vor, die erste umfangreiche textkritische Edition der Menschheitsgeschichte. Erasmus von Rotterdam hat sich damit in die Geschichtsbücher geschrieben. Weit über die Wissenschaft hinaus fand er enthusiastische Bewunderer. Darunter Stefan Zweig, der Erasmus als ersten Europäer, streitbaren Friedensfreund und berätsten Anwalt des humanistischen Ideals bezeichnete. Ist es das, was bis heute fasziniert? 2016 wird in ganz Europa seiner gedacht, vor allem in Basel, jener Stadt, in der Erasmus von Rotterdam am längsten geliebt hat. Dort beginnt auch Günter Keidelsdorffers Suche nach den Spuren des berühmten Gelehrten des 16. Jahrhunderts. Der Glockenschlag des Basler Münsters. Als Erasmus von Rotterdam hier im Juli 1536 zu Grabe getragen wurde, gab ihm die halbe Stadt die Ehre. Schließlich wurde da der berühmteste Gelehrte seiner Zeit zur letzten Ruhe gebettet, der Fürst der Humanisten, ein hochgebildeter Mann, geachtet von Kaisern, Fürsten, Päpsten, Bischöfen und auch von vielen Anhängern der Reformation. Erasmus' Bücher, in einem anmutigen, von Klarheit und Frische durchdrungenem Latein geschrieben, waren zu ihrer Erscheinungszeit allesamt europäische Bestseller gewesen. In Basel kam Erasmus von Rotterdam, der im Laufe seines Lebens halb Europa durchstreift hatte, zur Ruhe, zumindest zeitweise, wie Marcel Henri, Kurator am Historischen Museum Basel, feststellt. Basel ist sicher eine wichtige Station, um nicht zu sagen, in seinem Leben war Basel jene Stadt, in der er die meisten Jahre verbracht hat. Das waren über zehn Jahre, aber es ist eine Stadt in seinem Leben. Das Historische Museum Basel verfügt über den nicht schriftlichen Nachlass des Erasmus von Rotterdam. Marcel Henri führt den Besucher zu den kostbarsten Reliquien aus dem Erbe des Humanisten. Hier sehen wir sein persönliches Tafelmesser. Wir verfügen über seinen persönlichen Dolch. Wir haben noch zwei Goldbecher, die in seinem Besitz waren. Das sind leider nur noch zwei. Wir wissen aus den Testamenten, dass Erasmus über 30 Gold- oder Silberbecher besass. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts war Erasmus von Rotterdam der Inbegriff des Weisen schlechthin. Man pries ihn als Doktor Universalis, als Fürsten der Wissenschaften. Ein halbes Jahrtausend nach seinem irdischen Wirken, das stellte bereits sein Bewunderer Stefan Zweig fest, strahlt der Ruhmesglanz des Erasmus schon weit weniger als zu seinen Lebzeiten. In seiner biografischen Studie »Triumph und Tragik des Erasmus von Rotterdam« erschienen 1934, hält Stefan Zweig fest. Erasmus von Rotterdam ist heute, leugnen wir es nicht, kaum mehr als ein Name. Seine unzählbaren Werke, verfasst in einer vergessenen, übernationalen Sprache, dem humanistischen Latein, schlafen unaufgestört in den Bibliotheken. Kaum ein einziges der einstmals weltberühmten Werke spricht noch herüber in unsere Zeit. Das mag so sein. Dennoch bleiben Leben und Werk des Erasmus von Rotterdam ein faszinierendes Exempel für das Schicksal eines Intellektuellen, der sich in einem Jahrhundert der Extreme, dem 16., nicht irre machen lassen wollte, in seinem Einsatz für Frieden und Humanität. Den blutsäuferischen Exzessen der Religionskriege setzte Erasmus einen freundlichen, gelassenen Humanismus entgegen. Erasmus bekämpfte jedweden Fanatismus, ob auf religiösem, ob auf nationalem oder weltanschaulichem Gebiete, als den geborenen Zerstörer jeder Verständigung. Notierte Stefan Zweig, der sich in der Gestalt des humanistischen Gelehrten wohl auch ein Stück weit selbst wiedererkannte. Erasmus hasste sie alle, die Halsstarrigen und Denkeinseitigen, ob im Priestergewand oder Professorentalar, die Scheuklappendenker und Zeloten jeder Klasse und Rasse, die allorts für ihre eigene Meinung Kadavergehorsam verlangen. Er war sicher im 16. Jahrhundert einer der bekanntesten Humanisten Europas, also wenn man das mit modernen Begriffen sagt, ein Superstar sozusagen unter den Humanisten, der natürlich auch viele seiner Zeitgenossen stark beeindruckt und geprägt hat. Weiß der Wiener Historiker Karl Wotzelker. Erasmus von Rotterdam, in den 1460er Jahren geboren, war der Präzeptor Mundi seiner Zeit. Ein wortgewaltiger Apostel der Menschlichkeit und ein brillanter Gelehrter dazu. Der Schweizer Kunsthistoriker Marcel Henri hat sich für ein Ausstellungsprojekt in Basel intensiv mit Leben und Werk des grossen Humanisten auseinandergesetzt. Was für ein Mensch war Erasmus, Henri's Einschätzung nach? Einerseits war er sicher ein arbeitstischfixierter Mensch, sonst hätte er nicht diese Quantität produzieren können in seinen 70 Lebensjahren. Erasmus hat um die 22.000 gedruckte Seiten produziert in seinem Leben. Er war aber auch sicher menschlich im bilateralen Bereich sehr gewieft und hat die Menschen sicher auch faszinieren können. In Fleisch und Blut, ein schwächlicher Hypochondrikus, war Erasmus ein Riese der Arbeit. Hält Stefan Zweig in seiner grossartigen Studie fest. Peter Walter, Professor für katholische Theologie an der Universität Freiburg, würdigt das Wirken des Erasmus von Rotterdam so. Erasmus gehört in die breite Strömung der Leute, die nach Reform in der Kirche gerufen haben. Dass daraus die Reformation wurde, ist dann eine spätere Entwicklung. Man hat ihm ja später dann vorgeworfen, er habe alles schon vorgekaut, beziehungsweise das Ei gelegt, das Luther dann ausgebrütet hat. Aber Erasmus wollte keine Reformation, so wie sie dann später geworden ist, das heißt bis hin zur Kirchenspaltung, sondern er wollte die bestehende Kirche reformieren. Mit bescheidenem Erfolg, letztlich. In einem Zeitalter militanter Glaubenskämpfe musste ein Mahner der Mäßigung, wie Erasmus es war, von den Schreihälsen der verschiedensten Parteiungen niedergebrüllt werden. Das war, bei realistischer Betrachtung der Dinge, gar nicht anders möglich. Für Stefan Zweig war Erasmus von Rotterdam, der Polyglotte-Humanist, über den die Kämpfe der Zeit mit unwiderstehlicher Gewalt hinweggebraust sind, ein vorbildhafter Intellektueller. Das ist es, was uns Erasmus von Rotterdam, den großen Vergessenen, heute noch teuer macht. Dass er unter allen Schreibenden und Schaffenden des Abendlandes der erste bewusste Europäer gewesen, der erste streitbare Friedensfreund, der beräteste Anwalt des humanistischen Ideals. Was war das nun für das? Für eine Epoche, in der Erasmus von Rotterdam gewirkt hat? Der Übergang vom Spätmittelalter in die frühe Neuzeit war eine Zeit monumentaler Umwälzungen, wie der Wiener Historiker Karl Wotzelker ausführt. Die großen Umwälzungen haben schon in der Mitte des 15. Jahrhunderts begonnen. Man muss nur denken daran, dass Konstantinopel, also das alte Byzanz, erobert wurde und damit das Osmanische Reich in Europa sich endgültig angesiedelt hat. Aber natürlich der Buchdruck, der ja eine ganz, ganz große Rolle spielt, dann auch nach 1500er Thesenanschlag Luthers mit der Entstehung des Protestantismus, die Reichsreformen unter Maximilian, die allerdings weitgehend gescheitert sind. Also eine ganze Reihe von Dingen, die sich in Europa ausgewirkt haben. Auf geistigem und intellektuellem Gebiet dominierte zu dieser Zeit eine Bewegung, für die Historiker Mitte des 19. Jahrhunderts die Bezeichnung Humanismus eingeführt haben. Als Anvater des Humanismus wird gemeinhin der italienische Dichter Francesco Petrarca angesehen. Der Humanismus, der in Italien im Wesentlichen entstanden ist, ist auf der einen Seite eine Bewegung, die uns progressiv erscheint, die aber natürlich von den Zeitgenossen eher zurückblickend gemeint ist. Also man hat sich an das alte römische Reich erinnert, das man natürlich völlig idealisiert hat. Also viele Dinge der Antike waren ausgeblendet, also etwa, dass das eine Sklavenhaltergesellschaft war. Darüber hat man weniger gesprochen, aber man hat sich an der Kunst und an der Kultur dieser Zeit orientiert, hat also die Schriften der Antike wieder aufgenommen, ist, wie das geheißen hat, ad fontes gegangen, also zu den Quellen zurück und hat also diese Handschriften verglichen miteinander, um eben den richtigen Urtext zu finden. Dieser Humanismus wird zu einer wichtigen Strömung in Italien, zu der wichtigsten Strömung, könnte man sagen, in Italien, breitet sich aber dann langsam und schrittweise auch in der europäischen Welt, nördlich der Alpen aus, so ungefähr gegen 1500, hat dieser Humanismus voll dann etwa den deutschen Sprachraum erreicht. Dabei war das humanistische Weltbild von Fortschrittsenthusiasmus und, in den allermeisten Fällen, von lauterer Menschenliebe geprägt, wie Stefan Zweig in seinem Erasmus-Buch hervorhebt. Dies war der innerste Glaube und der tragische Irrtum des frühen Humanismus. Erasmus und die Seinen hielten einen Fortschritt der Menschheit durch Aufklärung für möglich und erhofften eine Erziehungsfähigkeit des Einzelnen wie der Gesamtheit durch eine allgemeinere Verbreitung von Bildung, Schrift, Studium und Buch. Diese frühen Idealisten hatten ein rührendes und fast religiöses Vertrauen in die Veredelungsfähigkeit der menschlichen Natur. Dieses Vertrauen in die Menschheit artikulierte sich so gut wie ausschließlich in lateinischer Sprache. Zu Lebzeiten des Erasmus von Rotterdam war Latein so etwas wie das Esperanto des gelehrten Europa. Der Wiener Germanist und Sprachwissenschaftler Franz Eibl betont die besondere Bedeutung, die Erasmus in der lateinischsprachigen Kultur seiner Zeit hatte. Nachdem die europäische Kultur des 16. Jahrhunderts bis weit ins 18. Jahrhundert hinein eine lateinisch dominierte Kultur ist, war Erasmus sozusagen der Auslöser oder das Role Model eines neuen Typs des Umgangs mit Text und mit Sachverhalten, sprich ein Typ des neuen Gelehrten, des neuen Autors. Seinen Zeitgenossen galt Erasmus von Rotterdam als gottbegnadeter Stilist, als einer, der ein elegantes, reiches, fein ausdifferenziertes Latein kultivierte. Erasmus hat sehr klar geschrieben, gut verständlich. Für die heutige Zeit kann er nicht unbedingt stilbildend sein, weil er sehr wortreich ist, sehr metaphernreich, sehr viele Bilder und oft dreimal auf verschiedene Weise etwas sagt. Das bringt auch richtig bei, wie man das machen kann in dem Werk Kopja. Also es ist manchmal etwas zu wortreich für unsere Begriffe heute. Die in Basel lehrende Historikerin Christine Christ von Wedel ist eine der profiliertesten Erasmus-Expertinnen der Gegenwart. Im Basler Schwabe Verlag hat Christ von Wedel soeben eine lesenswerte Erasmus-Biografie herausgebracht. Die Kindheit und Jugend von Erasmus ist recht unbekannt. Wir wissen nicht einmal sicher, ob er ganz bestimmt in Rotterdam geboren wurde. Wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich auch genau vor 550 Jahren, nämlich im Jahre 1466. Sicher wissen wir, dass er der zweite Sohn eines Priesters war, das heißt also ein illegitimer Bastard und eine Arzttochter. Wir wissen auch, dass beide sehr gebildet waren, dass beide ihren Kindern die beste Ausbildung gaben, die es damals gab, zunächst in Gauda an einer Schule und dann in Deventer. Sie starben beide an der Pest relativ schnell hintereinander, als die Söhne Jünglinge waren und die traten in ein Kloster ein. In verschiedene Klöster, nicht ins Gleiche. Erasmus war an den besten Schulen, aber, soweit wir ihm trauen dürfen, fühlte er sich überhaupt nicht wohl dort. Und er konnte dann eigentlich diese Bildung vertiefen, erst im Kloster. Ob an der Kirchspielschule in Gauda oder der Lateinschule in Deventer. Erasmus hat den Schulbetrieb gehasst. Nach allem, was wir wissen, war er ein unglücklicher Schüler. Über die Gründe dafür kann man nur spekulieren. Christine Christ von Wedel. Ja, da haben wir eben wenig Quellen. Meine These, aber dass es nur eine These ist, dass er sich wohl schämte, ein Priesterbastard zu sein. Das ist das eine. Das andere ist, dass die Schulen damals die normale Pädagogik pflegten. Das heißt, es wurde mit der Rute erzogen. Erasmus selber hat erlebt, wie sein Wille gebrochen wurde. Er wurde beschuldigt einer Untat, die er gar nicht begangen hatte. Und dann einfach so lange geschlagen, bis er sich nicht mehr wehrte. Er hat das uns erzählt in seinen pädagogischen Schriften, wo er dann eben ganz anders vorging. Für einen Mann des 15. und 16. Jahrhunderts hatte Erasmus ausgesprochen progressive Vorstellungen. Ihm schwebte zum Beispiel so etwas wie eine humanistische Reformpädagogik vor. Ihm ist sie nicht nur vorgeschwebt, er hat sie auch ausgeübt. Allerdings nicht an kleinen Kindern, sondern an Jünglingen, die so von 13 an auf reiche Jünglinge auf eine Art Kavalierstour geschickt wurden. Er hat sie mit lustigen Geschichten angeregt, er hat motivierend gewirkt. Er hat aber auch sehr moderat, also natürlich ohne Rute und Peitsche, bei den Größeren wohl sowieso, aber auch ohne Zwang und mit Pausen. Man sollte dazwischen spielen, man sollte nach dem Mittagessen eine Pause machen. Man sollte aber abends vorm Schlafen gehen, das Beste lesen. Er hat empfohlen, jüngere Kinder mit Büchern, die illustriert sind, zu lehren. Er hat empfohlen, die esopschen Fabeln zum Beispiel als Unterrichtsstoff zu nehmen. Und er hat selber Gespräche geschrieben, in denen seine Schüler lateinspielerisch lernten. 1487, mit 20, trat Erasmus als sogenannter Regularkanoniker ins Augustiner Kurherrnkloster in Stein bei Gauda ein. Fünf Jahre später wurde er als Kurherr zum Priester geweiht. Also das regulierte Klosterleben, wie es vorgeschrieben war, nach den Ordensregeln, das hat er als sehr beengend, starr und gar nicht für ihn geeignet gesehen. Jedenfalls hat er es später so dargestellt. Ganz anders das Zusammenleben mit anderen jungen München, das war recht ausgelassen, das war lustig und das war vor allem gewidmet den Studia Humanitatis, also seinen geliebten humanistischen Studien aus der eigenen und anderen Bibliotheken von Klöstern. Sie konnten also Bücher ausleihen, sie haben nicht nur Virgil und Horatz gelesen, sie haben auch so anrüchige Dichter wie Kathul oder Plautus und Terence gelesen, haben die nachgeahmt in Gedichten. Das war eine sehr fröhliche und anregende Atmosphäre. Selbstständigkeit im Denken war Erasmus eine Selbstverständlichkeit, hält Stefan Zweig fest. Und immer sah dieser freie Geist eine Verkümmerung der göttlichen Vielfalt der Welt darin, wenn einer, ob auf der Kanzel oder auf dem Katheder, aufstand und von seiner eigenen persönlichen Wahrheit wie von einer Botschaft redete, die Gott ihm und ihm allein ins Ohr gesprochen. Nach mehrjährigen Studien an der Sorbonne in Paris, damals eine Hochburg der knochentrockenen, akademisch erstarrten Scholastik, nach seinem Aufenthalt in Paris reist Erasmus 1499 zum ersten Mal nach England. Ein Erweckungserlebnis für den jungen Gelehrten, wie Christine Christ von Wedel betont. Also der Englandbesuch hat für ihn enorm viel bedeutet. Er fühlte sich, glaube ich, zum ersten Mal in einem Kreis gleichgesinnter und zwar hochgebildeter Leute, die er auch als gleichwertig respektieren konnte, also nicht nur Schüler zum Beispiel. Das waren auch hohe Politiker zum Teil, so Thomas Moros, die ihn dann am Königshof auch einführten. Und auch dort war er dann gern gesehen. Und das hat ihn enorm einfach motiviert und vorangebracht. Es ist nicht übertrieben zu behaupten, erst in England wandelte sich Erasmus von Rotterdam zum weltgewandten Gelehrten. Geistig hat er da auch enorm gute Anregungen bekommen. Er traf da auf einen Platonismus, auf einen Neu-Platonismus, der ihn anregte, Platon überhaupt zu lesen. Er traf bei diesen Neu-Platonikern auch auf ein ganz anderes Christentum, was eben von platonischer Philosophie angeregt war. Also man orientierte sich an Platon und nicht an Aristoteles, wie die bisherige scholastische Theologie, die er in Paris erlebt hatte und die ihn anödete, können wir mal so sagen. Und er hat dieses Christentum, was er da vorfand, bei Thomas Moros, aber auch bei John Collet, auch ein berühmter englischer Bürgersmann, der aber reich war und der eine Schule gegründet hat, ein Christentum, was ihn überzeugt hat. Den Platonismus hat er weitgehend, nicht ganz, aber weitgehend wieder abgelegt. Aber diese neue Art, ein Christentum zu leben, wo es nicht so auf die Dogmatik ankommt, sondern wo es auf das Leben ankommt, wo die Texte als literarische, historische Texte auch gelesen werden und wo man sie auf sich wirken lässt, das hat er sein Leben lang beibehalten und vertieft. In England schloss Erasmus auch eine der prägenden Freundschaften seines Lebens, nämlich die zu Thomas Moros, dem späteren Lordkanzler. Das Verhältnis zu Thomas Moros, das war eine Herzensfreundschaft. Sie verbannt vieles. Und als allererstes möchte ich da den Humor nennen. Beide waren humorvoll. Beide waren begeistert von diesen neuen Studien und sie wetteiferten darin. Die haben dann sogar in Konkurrenz geschrieben. Also sie haben zum Beispiel gemeinsame Lukian übersetzt und dann haben sie nachher jeder eine Gegenrede geschrieben und geguckt, wer macht es besser. Übrigens sind beide sehr gut. Die von Thomas Moros ist sehr viel kürzer, ist ganz typisch, kurz und strukturiert. Die von Erasmus ist ganz reich, sehr viel länger und man möchte sie eigentlich beide zusammentun und dann hätte man was ganz Tolles. Aber da wurde in diesem Haus, in dieser Familie, Thomas Moros Familie war ja riesig, hatte ja sehr viele Kinder, also mehrere Frauen auch nacheinander. Und da hat er sich enorm wohl gefühlt in diesem gastfreien Hause und hat zum Beispiel auch dort gelernt, das wissen wir aus einem Brief, aus Erfahrung, habe er bei Moros gelernt, dass Frauen genauso bildsam seien wie Männer. Das war ja sehr umstritten. Das heißt, es war eigentlich nicht nur umstritten, sondern das galt als völlig unglaublich. In den Niederlanden sowie in Frankreich und England hatte Erasmus von Rotterdam schon gewirkt, als er 1506 für drei Jahre nach Italien ging. Ein folgenreicher Abschnitt seiner Biografie. Die Erasmus-Biografin Christine Christ von Wedel. Also die ganze Italienreise war sehr wichtig. Der Romaufenthalt speziell war wichtig, weil er dort insbesondere Kardinäle kennenlernte, die auch noch jünger waren, die ihn sehr schätzten und die ihn förderten, die ihm später ihre Hand über ihn hielten, als er damit rechnen musste, als Eretiker angeklagt zu werden. Rom war also für ihn von den Beziehungen her enorm wichtig. Zeit seines Lebens war Erasmus von Rotterdam ein genialer Netzwerker und ein gewiefter Taktiker. Er wickelte Kirchenfürsten und Päpste, Herzöge, Kaiser und Könige um den Finger, auf das sie im Fall des Falles ihre schützende Hand über ihn hielten. Stefan Zweig hat das in seiner Erasmus-Studie psychologisch scharfsichtig analysiert. Erasmus ist ein Unabhängigkeitsfanatiker, aber darum keineswegs ein Rebell, ein Revolutionär. Im Gegenteil, er verabscheut alle offenen Konflikte, er vermeidet als kluger Taktiker jeden unnützen Widerstand gegen die Mächte und Machthaber dieser Welt. Er paktiert lieber mit ihnen, als gegen sie zu frontieren. Er erschleicht lieber seine Unabhängigkeit, als sie zu erkämpfen. Die mehrjährige Italienreise, die er im Alter von 40 Jahren antrat, war aber auch aus einem anderen Grund wichtig für Erasmus. Christine Christ von Wedel. In Turin hat er seinen Doktor gemacht. Das war eine mediocre Universität. Die hat den damals schon berühmten Humanisten dann ganz schnell in den 14 Tagen zum Doktor gemacht. Ganz wichtig war Venedig. Da war der damals berühmteste Drucker, Aldus Manutius, der schon humanistische Typen, also die sich an römischen Antiqua orientierten, benutzte. Und der einen ganzen Kreis von Gelehrten um sich gescharrt hatte, die antike Texte wieder aufstöberten, antike Texte kannten. Und die Erasmus für eine neue Adagia-Ausgabe, also ständig neues Material, zuschoben. Die Adagia, eine kommentierte Sammlung antiker Sprichwörter, waren einer der großen Bestseller des Erasmus von Rotterdam. Erasmus hat diese Sprichwörtersammlung in immer neuen, erweiterten Auflagen herausgegeben. Die Adagia zählten zu den meistgelesenen und meistgekauften Bildungsbüchern ihrer Zeit. Das war in jeder gebildeten Bibliothek, solange man Latein schrieb, also nicht nur im 16. Jahrhundert, war das vorhanden. Jeder benutzte die, um seine Texte mit guten Zitaten aufzupeppen, würden wir heute sagen. Und er konnte so natürlich auch, weil er das ja kommentierte, konnte er auch auf Sitten, auf Lebensweisheit der Leute einwirken. 1511 veröffentlichte Erasmus jenes Werk, das bis heute wohl sein bekanntestes ist. Die Satire Lob der Torheit, die er seinem britischen Freund Thomas Morus zugeeignet hat. Der Wiener Sprachwissenschaftler Franz Eibl erklärt sich den gewaltigen Erfolg des Lobs der Torheit so. Was bei Erasmus auffällt, ist, dass sehr viele Texte Formen der mündlichen Rede darstellen. Das Lob der Torheit ist eine Rollenrede, die Colloquia Familiaria sind sozusagen Gesprächsstoff. Und diese Rückbindung an die Mündlichkeit ist mit Sicherheit eine der stilistischen Qualitäten des Erasmus. Dass er verlangt, dass die Schrift sich der mündlichen Rede, der Unterhaltung, aber eben auch der leichten Verständlichkeit annähern soll. Das heißt überhaupt nicht Anspruchslosigkeit, sondern das ist eine Geschmeidigkeit der Sprache, die Erasmus nun tatsächlich neu positioniert hat. Lohnt es sich, das Lob der Torheit zu lesen? Ich kann es nur empfehlen, aber man muss sich natürlich klar sein, dass da enorm viel Anspielung auf antike Schriftsteller sind, die wir heute, so auch ich, also nicht auf Anhieb verstehen. Es hat ganz verschiedene Teile. Es hat einen sehr lustigen Eingangsteil, weil die Torheit sagt, ich bin eigentlich das, was die Welt zusammenhält. Sehr interessant in diesem ersten Teil ist, dass die Torheit auf den Olymp steigt und mit den antiken Göttern, die schon alle ein bisschen angeheitert sind vom Nektar, den sie getrunken haben, auf die Welt schauen. Und da sieht das plötzlich alles ganz anders aus, was man vorher unmöglich findet und auch ganz traurig, ist plötzlich ganz lustig. Dann kommt ein Mittelteil, der satirisch ist. Da werden alle Stände, alle Berufsarten der damaligen Zeit, auch alle Institutionen werden durchgenommen. Das ist sehr polemisch. Da ist vieles, was uns heute auch noch anspricht. Und der letzte Teil war für Erasmus wahrscheinlich der wichtigste. Der spielt mit Gottes Torheit, wenn man so will. Und seine Torheit entpuppt sich ständig als Weisheit. Also er spielt natürlich ständig damit, dass die Torheit eigentlich ganz weise Sachen sagt, aber sie sagt es eben polemisch oder in Umkehrung und so weiter. Stefan Zweig bewunderte die heitere Anmut, mit der Erasmus im Lob der Torheit und anderen Texten heikle und gefährliche Themen anzusprechen verstand. Erasmus wusste als erster großer Stilist der neuen Zeit gewisse ketzerische Wahrheiten, zwinkernd und blinzelnd zu flüstern. Er verstand es mit genialer Frechheit und unnachahmlicher Geschicklichkeit, die allerheikelsten Dinge an der Nase der Zensur vorbeizuschreiben. Ein gefährlicher Rebell, der sich selbst aber nie gefährdete, geschützt durch seinen gelehrten Talar oder ein rasch übergestülptes Schalksgewand. Für ein Zehntel dessen, was Erasmus an kühnen Dingen seiner Zeit sagte, kamen andere auf den Scheiterhaufen, weil sie es grob herauspolterten. Mit seinem Benimmbuch »De Zivilitate«, einer Art internationalem Elmaier des 16. Jahrhunderts, hat Erasmus von Rotterdam einen Mustertext geschrieben, auf den sich alle Knigges und sonstigen Benimmfibeln späterer Zeiten bezogen. Auch in diesem Werk ging es Erasmus um ein rücksichtsvolles und humanes Miteinander. Ein höflicher Umgang miteinander fördert Toleranz und das war eines der wichtigsten Forderungen von Erasmus. Er wollte, dass Menschen tolerant miteinander umgehen. In den Kämpfen seiner Zeit, das waren ja die zwischen den verschiedenen Konfessionen, sagte er, »Man kann doch nebeneinander leben, man muss nur gut nachbarlich miteinander leben.« Es ist möglich, im gleichen Gemeinden wie wir hesen, zwei Konfessionen zu haben. Und letztlich auch, das deutet er verschiedentlich an, auch verschiedene Religionen. Also auch Juden und Muslime waren natürlich damals die Fragen des Zusammenlebens. Und das ist für ihn gut möglich. Man kann gut nachbarschaftlich miteinander leben. Das ist aber natürlich nur möglich, wenn eine gewisse Höflichkeit, eine gewisse Zivilisiertheit, ein freundschaftlicher Umgang möglich ist auf einer Ebene, wo man auch als Verschiedengläubiger oder auch sonst verschiedener Meinung seiende miteinander anständig auskommt. Bei allen Bekenntnissen zur Toleranz und bei aller Liebe zu antiken Autoren wie Platon, Aristoteles, Plutarch und Cicero. Man kann das Denken des Erasmus von Rotterdam nur verstehen, meint der Wiener Sprachwissenschaftler Franz Eibl, wenn man Erasmus' christlichen Hintergrund versteht. Er hat sich zu 100 Prozent als Christ gesehen. Und zwar als glaubensfester Christ, der sich der jesuanischen Botschaft der Menschenliebe und der Barmherzigkeit verpflichtet fühlt. Diese Botschaft sah Erasmus in Prunkkatholizismus seiner Zeit nicht mehr wirklich gewürdigt. Er ist kein Befürworter von Revolutionen. Er ist ein Befürworter, dass es eine christliche Weltordnung geben solle, die die Torheit ebenso zurückdrängt wie die Willkür der Fürsten oder die Unsinnigkeit des Krieges. All diese Schriften zeugen davon, dass es um das gesunde, vernünftige Maß geht. Als Humanist träumt Erasmus nicht von einer Auflehnung gegen das Kirchliche, sondern von einer Renaissance des Religiösen, von einer Erneuerung der christlichen Idee durch die Rückkehr zu ihrer einstigen nazarenischen Reinheit. Schreibt Stefan Zweig in Triumph und Tragik des Erasmus von Rotterdam. Und weiter. So wie in der Renaissance Kunst und Wissenschaft herrliche Verjüngung erfuhren durch das Zurückgehen auf die antiken Vorbilder, so erhofft Erasmus eine Läuterung der in Äusserlichkeiten erstickenden Kirche durch das Aufgraben ihrer ureigensten Quelle, durch die Rückführung der Lehre auf die Evangelien und damit auf Christus eigenes Wort. Mit diesem immer wieder erhobenen Wunsche tritt Erasmus an die Spitze der Reformation. Erasmus stand für ein undogmatisches Christentum, und zwar ein Christentum, das alles ableitete aus der Liebe Gottes zu den Menschen und daraus folgte dann die Liebe zum nächsten Menschen. Und aus all dem hat er eigentlich eine Gesellschaftstheorie entwickelt, wenn man so will, eine neue Pädagogik, die sehr kindesgemäß, sehr menschenfreundlich war, eine andere Politik, eine Friedenspolitik, eine Politik, die auf Mäßigung und auf allgemeinen Nutzen ausfah, das war natürlich allgemein, das sagten alle, aber die den Krieg, das Recht, Krieg zu führen, dann in Frage stellte, das war ganz gewagt und außerordentlich. Ein Christentum, das die Liebe Gottes in den Vordergrund stellte, nicht seine Allmacht und nicht die Gerechtigkeit. Die Liebe Gottes, das stand im Mittelpunkt, und aus der Liebe folgte Toleranz, aus der Liebe folgte eben Frieden, wie gesagt. Das war eigentlich das Grundsätzliche. Man merkt, für seine Zeit war Erasmus von Rotterdam ein bemerkenswert progressiver Denker. Er setzte sich nicht nur für eine gewaltfreie Kindererziehung und ein friedliches Zusammenleben verschiedener Religionen und Kulturen ein. Er sprach sich auch, so Christine Christ von Wedel, für das Recht auf Ehescheidung aus, und das im 16. Jahrhundert. Er sah enorm viel Leid durch die Ehegesetzgebung. Die katholische Kirche hatte ja durchgesetzt, dass sie überhaupt das Eherecht bei ihr lag. Es war nicht möglich, zu scheiden und wieder zu heiraten. Und Erasmus sagte, es gibt so viele, die enorm darunter leiden. Und er sagte, damals war das ein richtiger Entscheid in ehefeindlichen Zeiten, übrigens auch die vielen Ehehindernisse, die es gab. Das ist heute anders, und aus seelsorgerlichen Gründen muss die Kirche auf diesen Entscheid zurückkommen. Und das haben dann die Reformatoren ja umgesetzt. Luther sehr schweren Herzens, in Basel sehr schnell, in Zürich auch, mit erstaunlich vielen Gründen, also vor allem natürlich Ehebruch, war ein Grund, dass man dann auch wieder heiraten durfte. Der unschuldige Teil, aber sie halten es sogar offen, man könnte dann nochmal drüber reden beim anderen. Und Erasmus hat natürlich auch gewarnt, also er meine jetzt nicht, dass man da leichtfertig scheidet und dass einfach einer Ehebruch begeht und dann darf er die andere auch noch heiraten. Also das war nicht seine Meinung. 1516 legte Erasmus seine wahrscheinlich einflussreichste Schrift vor. Seine epochale Rekonstruktion des Neuen Testaments in griechischer Originalsprache. Die erste umfangreiche textkritische Edition der Neuzeit. Die Wirkung seines Neuen Testaments kann man sicher nicht überschätzen, aus dem einfachen Grund, weil sich die Reformatoren auf seine Bibelübersetzung gestützt haben. Zu Erasmus-Zeit war die Bibelübersetzung des heiligen Hieronymus gebräuchlich, die sogenannte Vulgata. Diese Vulgata war eine lateinische Transkription der Heiligen Schrift aus hebräischen und altlateinischen Textvorlagen, die der Kirchenvater Hieronymus im vierten Jahrhundert erstellt hatte. Erasmus und seine Zeitgenossen hielten die tausend Jahre alte, kirchenoffizielle Bibelübersetzung für verdienstvoll, aber fehlerhaft. Eine Verbesserung musste her. In mühevoller Kleinarbeit machte sich Erasmus zu Beginn des 16. Jahrhunderts daran, die griechischen Originaltexte des Neuen Testaments zu rekonstruieren und aus diesen Originaltexten eine möglichst präzise Neuübersetzung ins Lateinische anzufertigen. Franz Eibl ist noch heute voll Bewunderung für Erasmus' Leistung. Er war nicht der Hersteller der modernen Textkritik, aber er war ein Vorreiter der modernen Textkritik. Es ist eine humanistische Tätigkeit, dass man zurückgeht, dass man Texte vergleicht, um an den Urtext heranzukommen, den möglicherweise verschollenen Urtext zu rekonstruieren. Und das war das, was er auf sich genommen hat. Die Neuübersetzung, vor allem aber auch das Herstellen, Emendieren eines brauchbaren griechischen Textes, kann man nicht hoch genug einschätzen. Es hat sich sehr gelohnt für den Drucker, finanziell, und es hat sich auch sehr gelohnt für das Renommee von Erasmus. Aber viel wichtiger ist eigentlich die Neuübersetzung des lateinischen Textes. Es gab eine Übersetzung vom Kirchenvater Hieronymus, also aus der Spätantike, das heißt teilweise vom Kirchenvater Hieronymus, dass Erasmus da fragte, was war es überhaupt von ihm, war nun auch schon sehr gewagt. Und dass man eben diesen Text, der seit Jahrhunderten von Heiligen gebetet wurde, der in der Messe gelesen wurde, dass man diesen Text veränderte, war unglaublich. Das hat enormen Widerstand gebracht, mit dem Erasmus in dem Maß nicht gerechnet hat. Er hat damit gerechnet, aber nicht in dem Maße. Dann hat er in Anmerkungen jeweils gesagt, warum er anders übersetzt hat und hat auch verschiedene Varianten angeboten. Das heißt, ein fundamentalistisches Herangehen an den Bibeltext, der ist nun so genau im Wortleid vom Heiligen Geist eingegeben, Das war eigentlich gar nicht mehr möglich zu sagen, wenn man Erasmus folgte. Sie können sich vorstellen, dass es heute noch sehr viele Menschen gibt, die glauben sogar, ihre deutsche Übersetzung sei das einzig wahre Wort. Und da kann man nichts dran rütteln. Seit Jahrhunderten gab es diese eine lateinische Übersetzung in der abendländischen Kirche, abprobiert von der Kirche. Und nun kommt jemand und ändert daran rum. So skandalös, dass damals vielen erschien. Erasmus' Neuübersetzung des Neuen Testaments wurde von vielen begeistert begrüßt. Reformatoren wie Luther und Zwingli nutzten die Edition des Erasmus als Grundlage für ihre umstürzlerische Neuinterpretation des Christentums. Luther auch für seine Bibelübersetzung ins Deutsche. Durch viele seiner Schriften, vor allem aber durch die textkritische Neuedition des Neuen Testaments, hat Erasmus von Rotterdam gewaltigen Einfluss auf die Reformation ausgeübt, die nach Luthers Thesenanschlag zu Wittenberg Europa erschüttert. Er hatte grundsätzlich Sympathien für gewisse Gedanken der Reformatoren. Er hatte aber überhaupt kein Verständnis für jegliche kriegerische Massnahmen, die mit der Reformation verbunden waren. Die Reformation war der große Prüfstein im Leben des Erasmus von Rotterdam. Eigentlich, meint der Wiener Historiker Karl Wotzelker, war die Reformation ja eine Revolution. Also die Reformation war in der Anfangsphase sicher revolutionär und hat das Establishment, würde man heute modern sagen, also gegen die bestehende Ordnung, eine gewisse Aufmüpfigkeit gehabt und Widerstände geleistet. Das wesentliche Element, das hat auch wieder mit den Veränderungen am Beginn des 16. Jahrhunderts zu tun, das wesentliche Element war der Buchdruck. Der gute Jan Hus hatte zwei Handicaps. Das eine war er sprach und schrieb in einer Sprache, die weniger Menschen sprachen als Deutsch, nämlich auf Tschechisch. Und zweitens, es gab damals noch keinen Buchdruck, also Luthers Flugschriften etwa, also die großen Flugschriften von der Freiheit eines Christenmenschen und so weiter. Die sind ja in einer unbeschreiblichen Auflage erschienen. Das sind also 600 Auflagen und insgesamt sind also 600, 700.000 Exemplare erschienen. Das muss man sich vorstellen, in einer Zeit, wo viele Leute gar nicht lesen konnten, wo die Bevölkerung, grob gesprochen, naja, ein Zehntel bis ein Fünftel der heutigen Bevölkerung ist. Also das sind ja Auflagen, von denen heute jeder Autor nur träumen kann. Also zunächst hat Erasmus Luther als einen Mitkämpfer gesehen. Er hat ihn zunächst gar nicht so furchtbar ernst genommen. Die berühmten Ablass-Thesen von Luther, die ihn ja bekannt gemacht haben, die hat er unkommentiert Morus geschickt. Also es war schon was, was man zur Kenntnis nahm, aber man musste gar nicht groß darüber reden, denn den Ablass fanden natürlich Morus und Erasmus auch unmöglich. Er hat Luther sehr lange gedeckt und sah in seiner Theologie eigentlich sehr viel Verwandtes, also nicht nur die Kirchenkritik, Kritik an Klöstern und so weiter, sondern auch in den Grundsätzen der reformatorischen Theologie, die man ja in vier Sachen zusammenfasst, also Christus allein, die Schrift allein, der Glaube allein und die Gnade allein. Das heißt also, Christus allein, Christus ist der, der den Menschen selig macht durch seinen Tod und Heilige anzurufen, er hat gar keinen Sinn, sondern wir sollen zu Gott und Christus beten. Dann die Schrift allein, es ist, was in der Schrift niedergelegt ist, das gilt. Kirchliche Lehrentscheidungen sind zu hinterfragen. Dann der Glaube allein, dass es nicht die guten Werke sind, die den Menschen selig machen, dass es nicht auf seine Leistung ankommt, sondern eben, wie das dann schon das Vierte, die Gnade, die man im Glauben annimmt. Und durch die Gnade werden wir gerettet. Das sind auch erasmische Positionen. Da war sehr, sehr vieles Gemeinsames und Erasmus hat dann auch den ersten Gegnern von Luther gesagt, also hört mal, was ihr da bei Luther ankreidet, das findet ihr zum Beispiel, die Rechtfertigung aus Glauben findet ihr bei Bernhard von Clairvaux, da findet ihr das ja ganz toll und ihr findet das auch bei Augustin. Das wurde natürlich immer schwieriger nach 1521, als Luther in Worms als Heretiker verurteilt wurde und dann auch in die Reichsacht kam. Da hat Erasmus trotzdem diese Position weiter vertreten. Über kurz oder lang, daran hat Christine Christ von Wedel keinen Zweifel, mussten Martin Luther und Erasmus von Rotterdam sich entzweien. Zu unterschiedlich waren die Temperamente der beiden Männer, zu unterschiedlich, letztlich ihre Prioritäten. Ein entscheidender Unterschied ist natürlich und vielleicht der allerwichtigste, ist, für Luther gab es feste Dogmen, feste Glaubenswahrheiten und auf denen muss man bestehen und da gibt es nur Ja oder Nein. Und Erasmus sagte entweder und oder. Wir wissen es nicht so genau, enorm viel ist geheimnisvoll, enorm viel ist dunkel. Das sagte er natürlich auch als der Philologe, der merkte, dass die Texte nicht immer so eindeutig sind. Vielleicht war mal einer eindeutig, aber er ist nicht mehr eindeutig überliefert. Er war da viel, viel beweglicher, wenn man so will. Also Erasmus ist der, der sagt, auch die Bibel verstehen wir nicht immer richtig. Wir sind uns einig, die Bibel ist die letzte Autorität für theologische Aussagen, aber die Bibel ist eben oft zweideutig. Und es ist nicht klar, wer die richtige Auslegung hat. Und für Luther war klar, dass er, wenn er lang genug über einem Text gebetet und meditiert hat, die richtige Auslegung hat, das ging ja so weit, dass er dann in der Sakramenzlehre sich auch von den Reformierten, also von Theologen wie Zwingli in Zürich oder Öko-Lombard in Basel getrennt hat. Stefan Zweig ist in seinem Erasmus-Buch Partei. Bei aller Bewunderung für Luthers kompromissloses Kraftlackeltum, bei aller Hochachtung auch vor den Leistungen des Sprachkünstlers Luther, der mit seiner Bibelübersetzung literarische Maßstäbe gesetzt hat. Letztlich lässt Stefan Zweig kein gutes Haar am deutschen Reformator. Hier beginnt die Tragödie des Erasmus. Er hatte als der erste deutsche Reformator nach den Gesetzen der Vernunft die katholische Kirche zu erneuern gesucht. Aber ihm, dem weitsichtigen Geistmenschen, dem Evolutionär, sendet das Schicksal den Tatmenschen entgegen. Luther, den Revolutionär, den dämonisch getriebenen dumpfer deutscher Volksgewalten. Mit einem Schlage zertrümmert Dr. Martins eiserne Bauernfaust, was die feine, bloß mit der federbewehrte Hand des Erasmus, zaghaft zärtlich zu binden sich bemühte. Für Jahrhunderte wird die christliche, die europäische Welt zerspalten. Katholiken gegen Protestanten, Norden gegen Süden, Germanen gegen Romanen. Es gibt in diesem Augenblick nur eine Wahl für den Deutschen, den abendländischen Menschen. Entweder papistisch oder lutherisch. Aber Erasmus weigert sich als der Einzige unter den Führern der Zeit, Partei zu nehmen. Er tritt nicht auf die Seite der Kirche, er tritt nicht auf die Seite der Reformation. Denn er ist beiden verbunden. Luther seinerseits hat zunächst gehofft, Erasmus für sich zu gewinnen und hat ihm sehr schmeichelhaft einen Brief geschrieben, unter anderem. Er hat das Neue Testament sofort benutzt, also nicht nur für die Übersetzung, den griechischen Text, sondern auch den lateinischen Text, die Anmerkung, auch später die Paraphrasen. Das kippt dann. Und als er merkt, dass Erasmus, das ist dann Anfang 20er Jahre, so 23, als er merkt, dass Erasmus nicht dafür zu gewinnen ist, sich der Reformation anzuschließen, da kippt es mehr und mehr in den Hass. Und 1524 ist dann Erasmus auch soweit, um seine neutrale Stellung überhaupt noch ein Stück weit halten zu können. Er konnte sie eben nicht mehr ganz halten. Da hieß es eben, entweder ist man für Rom oder man ist für Wittenberg. Und da hat er die Schrift für den freien Willen oder gegen den gebundenen Willen geschrieben. Und in dieser Schrift dann Luther auch theologisch angegriffen, allerdings auf eine sehr moderate Art. Und Luther antwortet voller Hass. Luther, der einstige Bewunderer des Erasmus von Rotterdam, schreitet zu einer hasserfüllten Abrechnung mit dem Gelehrten, den er vergebens auf seine Seite zu ziehen gehofft hat. Luther schreibt, Dazu nehme ich euch alle als Zeugen, dass ich Erasmus für den grössten Feind Christi halte, als keiner in tausend Jahren nicht gewesen ist. Wer den Erasmus zerdrückt, der würget eine Wanze, und diese stinkt noch tot, mehr als lebendig. Erasmus stand in seiner Zeit zwischen den Fronten. Er war institutionell immer auf der Seite von Rom grundsätzlich. Er war immer gegen eine Kirchenspaltung. Er war aber, was die Haltung Rom gegenüber anbelangt, sicher auch auf der Seite der Reformatoren. Er wird auch immer wieder als Person genannt, die die Reformation auch begünstigt hat. Er setzt sich immer für den Frieden ein. Das ist ihm eigentlich das Wichtigste. In jeder Situation steht der Friede über allen. Erasmus stellt sich als Mittler in die Mitte und damit an die gefährlichste Stelle. Resümiert Stefan Zweig. Er versucht, mit seinen nackten Händen Feuer und Wasser zu mischen, die einen Fanatiker zu versöhnen mit den anderen. Unmögliche und darum doppelt großartige Bemühung. Erst versteht man in beiden Lagern seine Haltung nicht und hofft, weil er milde spricht, man könne ihn für die eigene Sache gewinnen. Kaum aber, dass sie beide begreifen, dass dieser Freie für keine fremde Meinung Ehre und Eid gibt und keinem Dogma Schützenhilfe leisten will, prasselt von rechts und links Hass nieder auf ihn und Verhöhnung. Weil Erasmus zu keiner Partei will, zerfällt er mit beiden. Erasmus hat ganz früh schon vorhergesehen oder mindestens befürchtet, er schreibt das verschiedentlich, dass das auf Bürgerkriege, blutige Bürgerkriege hinausläuft. Und er hat sein Leben lang, bis am Schluss, hat er versucht, Leute zu motivieren, Gegensteuer zu halten. Es kam ja dann auch vom Kaiserlichen Hof gefördert, wo er ja gute Freunde hatte, zu Religionsgesprächen. Man kam sich auch sehr nahe, also Melanchthon und Cayetan oder so. Aber es kam dann immer aus Rom und aus Wittenberg, kam jetzt, das kommt nicht in Frage. Eigentlich sein Leben lang hat er probiert, die Kirchen wieder zusammenzuführen, hat auch entsprechende Schriften geschrieben, die auch von den Protestanten dann rezipiert und sogar übersetzt wurden. Also sein ehemaliger Schüler Capito, Reformator in Straßburg, hat dann diese Schrift, Einheit der Kirche, hat er übersetzt ins Deutsche. Aber sie hatte nicht die Durchschlagskraft, dass sie sich durchsetzen konnte. Basel, das war die Stadt, in der sich Erasmus von Rotterdam zeitlebens vielleicht am wohlsten gefühlt hat. 1514 kam er zum ersten Mal in die Stadt, die malerisch am ersten, südlichsten Rheinknie liegt. In Basel freundet Erasmus sich mit dem Drucker Johann Froben an, einem Meister seines Fachs, der zahlreiche Druckschriften des Humanisten in erfolgreichen Ausgaben edieren wird. Da Erasmus in Latein schreibt, der Lingua Franca seiner Zeit, einer Sprache, die jeder Gebildete zwischen London, Wien und Rom versteht, kann Froben die Bücher in ganz Europa verkaufen. Ein Riesengeschäft. Aber nicht nur wegen seiner Freundschaft zu Froben fühlt Erasmus sich in Basel wohl, wie der Historiker Marcel Henry betont. Also Basel ist ganz frisch in dieser Zeit Teil der Eidgenossenschaft. Basel ist aber eine freie Reichsstadt. Also man hat eine gewisse Autonomie hier. Es gibt auch natürlich im Bereich des Druckwesens hier sehr vorteilhafte Bedingungen. Man kann hier drucken, was in anderen Städten nicht möglich ist. Eine Stadt, die sich unter Erasmus auch weiterentwickelt, er ist ein Star. Man will in seine Nähe kommen und Erasmus hat sehr viele Schüler, die ihn hier besuchen. Und das hat natürlich auch auf die Stadt zurückgewirkt. Erasmus war ein unerhört produktiver Schriftsteller, einer, der den Geruch vom Druckerschwärze und die Atmosphäre in der Werkstatt seines Druckerfreundes Froben über die Maßen genossen hat. 150 Bücher hat der fleißige Humanist Zeit seines Lebens geschrieben. Daneben blieb in Basel aber auch Zeit für gesellige Tischrunden, wie die Erasmus-Biografin Christine Christ von Wedel hervorhebt. Er muss ein brillanter Gastgeber gewesen sein und ein brillanter Cousin. Also wir haben da verschiedene Berichte und wir haben auch von ihm selber Erzählungen, wie das da wohl zu und her ging. Es muss sehr interessant gewesen sein. Also Erasmus war ein Mensch, der immer gern die Sachen von zwei Seiten anguckte und das liebte er dann eben auch in diesen Gesprächen. Wir wissen, dass es da zum Teil auch diese neuen Gedanken entwickelte im angeregten Gespräch. Die geselligen Tischgespräche im Hause des Erasmus haben ausschließlich auf Latein stattgefunden, versteht sich. Ende der 1520er Jahre bricht auch in Basel die Reformation aus. Damit haben die geselligen Runden ein vorläufiges Ende. Die Basler Reformationsanhänger schreiten zum Bildersturm. Sie zerstören und zertrümmern kostbare Kunstwerke in Kirchen und Klöstern. Sie gehen gegen die traditionelle Heiligenverehrung vor, die sie für ketzerischen Personenkult halten. Und sie wollen Alkoholbeschränkungen und ein sittenstrenges Kleiderregiment für Männer und Frauen durchsetzen. Für Erasmus ist das alles ein Graus. Er ergreift die Flucht und zieht etwas weiter rein abwärts ins habsburgisch-katholische Freiburg. Sechs Jahre hält er es dort aus. Am Ende seines Lebens kehrt der Gelehrte wieder nach Basel zurück. Hier stirbt er im Juli 1536, hochgeehrt und hochgeachtet, obwohl er sich bis zum Schluss nicht zur Reformation bekennen will. Aber auch die katholische Kirche, der Erasmus ja trotz aller Kritik die Treue gehalten hat, hat ihm sein Engagement nicht gedankt. Wenige Jahre nach seinem Tod, auf dem Konzil von Trient, wurden Erasmus-Werke auf den Index gesetzt. Ich liebe die Freiheit, ich will und kann niemals einer Partei dienen. Diese Worte hat Erasmus in den 1520er Jahren dem militanten Reformationsanhänger Ulrich von Hutten entgegengeschleudert. Erasmus wollte nicht einsehen, dass man in blutigen Religionskriegen, die er vorausgesehen hat, Hunderttausende von Toten in Kauf nahm, nur weil man sich über die theologische Bedeutung der Gnadenhaftigkeit Gottes oder die genaue Zahl der Sakramente nicht einigen konnte. Dieses unbedingte Eintreten für Gewaltlosigkeit und gegen jeden Fanatismus Mache Erasmus modern, meint der Basler Kunsthistoriker Bodo Brinkmann. Es ist erstaunlich, wie sehr Erasmus, man kann fast sagen, gerade aktuell wieder in unsere Zeit passt. Mit seinem Bemühen um Frieden, völlig unverrückbar und kompromisslos. Es muss Friede herrschen, man muss miteinander reden, sein Ein und Alles ist eigentlich der Dialog. etwas auszusprechen und den Widerspruch abzuwarten und den Widerspruch einzuarbeiten und darauf zu antworten. Und wenn Sie sich die aktuelle Weltlage und die Bemühungen der Diplomatie gerade gegenwärtig anschauen, zwischen scheinbar völlig unvereinbaren Positionen zu vermitteln, dann ist das etwas, was eigentlich erstaunlich aktuell geblieben oder sogar wieder geworden ist in letzter Zeit. Erasmus von Rotterdam war, als reiselustiger Gelehrter und als grenzüberschreitender Menschenfreund, ein überzeugter Europäer. Stefan Zweig hätte es gewiss gefallen, dass die Europäische Union ein großes Studierenden- und Lehrenden-Austauschprogramm 1987 nach Erasmus benannt hat. In seinem brillanten Erasmus-Buch stellt Stefan Zweig den sanften, lächelnden Humanismus des Erasmus von Rotterdam immer wieder dem Fanatismus der reformatorischen Glaubenseiferer Luther, Zwingli, Calvin, Huss und Münzer gegenüber. Unvergessliche Gestalten Sie alle Wehrhaft in ihrer gläubigen Wut Ekstatisch in ihrem Leiden Groß in ihrem Geschick Hinter ihnen brennt die verhängnisvolle Flamme des religiösen Wahns ins Weite Die verwüsteten Burgen des Bauernkriegs Zeugen lästernd für den von jedem Zeloten anders missverstandenen Christus Die zerstörten Städte Die geplünderten Gehöfte des Dreißigjährigen Krieges Diese apokalyptischen Landschaften Sie klagen die irdische Unvernunft des Nicht-Nachgeben-Wollens vor den Himmeln an. Mitten aber aus diesem Getümmel ein wenig hinter den großen Kapitänen des Kirchenkrieges und deutlich abseits von ihnen allen blickt das feine, von leichter Trauer überschattete Gesicht des Erasmus. Er steht an keinem Marterpfahl Seine Hand ist mit keinem Schwert bewährt Keine heiße Leidenschaft verzerrt sein Gesicht Aber klar hebt sich das Auge Das blau leuchtende und zarte Das Hollbein unvergänglich gemalt Und blickt durch all diesen Tumult der Massenleidenschaften herüber in unsere nicht minder aufgewühlte Zeit Eine gelassene Resignation umschattet seine Stirn Ach, er kennt diese ewige Stultitia der Welt Doch ein leichtes, ganz leises Lächeln der Sicherheit spielt um seinen Mund Er weiß, der Erfahrene Es ist der Sinn aller Leidenschaften Daß sie einmal ermüden Es ist das Schicksal jedes Fanatismus Daß er sich selbst überspielt Die Vernunft Sie, die ewige und stillgeduldige Kann warten und beharren Manchmal, wenn die anderen trunken toben Muss sie schweigen und verstummen Aber ihre Zeit kommt Immer kommt sie wieder Mit einem Zitat von Stefan Zweig aus dessen Buch Triumph und Tragik des Erasmus von Rotterdam das als Fischertaschenbuch erhältlich ist schließt Günther Keindlstorff aus sein Salzburger Nachtstudio über den Fürsten der Humanisten Die Erasmus-Biografie von Christine Christ von Wedel ist im Basler Schwabe-Verlag erschienen Die Zitate Lass Alexander Czernek und für Redaktion und Technik verabschiedet sich Elisabeth Nöstlinger Kommen Montag lade ich Sie wieder zu einem City Science Talk in den Wiener Ringturm ein Ab 18 Uhr diskutieren dort mit mir der Regisseur von Marlene Haushofers die Wand und Comarex-Inspektor Simon Bolt Julian Pölzler sowie der Poet und Zen Bodo Hell die Kulturwissenschaftlerin Simone Ecker und die Autorin Renate Zöller über Heimat Sehnsuchtsort im Widerspruch Wenn Sie über die Wurzeln des Lebens und die Frage Woher komme ich? Wohin gehe ich? Und wer will ich sein? mitdiskutieren wollen melden Sie sich bitte unter oe1service.org via Mail oder telefonisch unter 01 501 70 371 an Nächsten Mittwoch gestaltet Martin Heidinger ein Salzburger Nachtstudio über den Wissenschaftsstandort Linz Einer seiner Interviewpartner Direktor der Johannes-Kepler-Universität Meinhard Lukas Die Johannes-Kepler-Universität hat eine lange Tradition im digitalen Lernen und das ist natürlich eine ganz wesentliche Voraussetzung weil es ja eine Frage ist wie kann ich neben einem Beruf an der Universität real oder virtuell präsent sein Lernen? Ein Leben lang Nächsten Mittwoch im Salzburger Nachtstudio ab 21.01 Uhr Die Johannes-Kepler-Universität Die Johannes-Kepler-Universität Die Johannes-Kepler-Universität Die Johannes-Kepler-Universität Die Johannes-Kepler-Universität